Wo sind wir hier, bitteschön? Oh, jetzt seh ich, Patrick. Ja? Ich seh diese Kugel. Du siehst diese, wo ist die von dir aus? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg dahin. Ja, das frag ich mich auch gerade, wo du... Ach, ich hab dich gefunden. Ich geh jetzt nochmal fix eine Hand holen. Kugel, Kugel, Kugel. Da sind nämlich Haufen Stauden in meiner Nähe. Wenn du die Kugel anguckst und dann gerade hoch, wo ist denn dann die Sonne? Also die ist zwar relativ im Zenit, aber... Also die ist ein bisschen rechts. Ein bisschen rechts. Das heißt dort. Das heißt, du bist in der Richtung. Da müsstest du... Ah. Da müsste rechts von dir auch der hohe Berg kommen. Und da müsstest du... Kühltürme. What the fuck? Okay. So, Christian, ich hab dich gefunden. Sehr gut. Ich schick mal ein Bild bei WhatsApp. Also, was hast du jetzt denn geschickt? Hier, zeig mal ja. Ich steh auf dem Berg und guck Richtung Kugel. Der Akku stand sehr niedrig. Das ist schön. Auf dem weißen Berg dort wahrscheinlich. Ja, ganz, ganz oben drauf stehe ich. Wo seid ihr? Bauernsteiner. Auf dem Weg zu dem spitzen Berg. Okay. Und der Bauernsteine mit Steiner. Das ist schön. Ja, der ist mit Flammenwerfer und sonst was angekommen. Was ist das für ein Assi, Alter? Also, wir sind jetzt auf der Spitze von diesem Schneeberg. So, ich bin jetzt irgendwo am Strand. Ja, der steht nicht da, den er gemeint hat. Why you kill people with nothing stupid pussy. Da liegt ein Toter. Heute? Nee, der ist nicht tot. Hehehe. Ich sehe einen Kühlturm. Ah, ich auch. Da muss doch nicht mal weit von der scheiß Kugel weg sein, oder? Ja, aber dann seid ihr wieder genau, müsst ihr jetzt noch fünf Minuten latschen, ungefähr. Julius, ich bin am Fuß des Leuchtturms. Ja, ich bin auf dem Weg. Wie ist das ja theoretisch? So, jetzt hinlaufen. Leuchtturm, oder? Ne, wenn ihr den Kühlturm, dann seht ihr den... Ja, dann wisst ihr, wo der Spitzeberg ist. Spitzeberg? Die müsst ihr da sehen. Jetzt stehen wir da drauf. Das könnte sein, dass wir da drauf stehen. Dann könntet ihr auch... Warte, Sonne. So, der ist über dem Spitzenberg. Ist über dem Spitzenberg, dann müsst ihr da hinten lang gehen. Also, auf die andere Seite. Also, weiter in die Richtung. Ja, der Zeug, wo müssen wir jetzt hin? Na. Wenn ihr auf dem Berg hochgelaufen seid? Ne. Wenn ich da runtergucke, da ist unten ein Haus. Ja, da gibt es drei Häuser. Vier Häuser, sowas. Ähm. Wenn du die Kühltürme nimmst, und dann die Kugel, und mit der Spitze des Berges ein Dreieck formst, dann läufst du in die Spitze dort, wo der Berg ist. Was sagst du, Christian? Wir sind jetzt hier zwischen mehreren Häusern durchgelaufen. Ja, ja, genau. Weiter in die Richtung. Aber da müsstet ihr jetzt den Spitzenberg hinter euch haben. Oder, Christian, oder wo habt ihr den? Also, ich sehe jetzt hier erstmal noch die Kugel. Wenn wir jetzt wissen, wo die Kugel ist, und wo die Kühltürmer sind, wo müssen wir hin? Ne Richtung Strand, sondern in die andere Richtung. Also, wenn du daraus eine Linie bildest, geht es in einer Richtung, geht es dann rechtwinklig dazu. Entweder zum Strand, oder Richtung Berge. Oder Berge. Aber jetzt wollen wir jetzt nach rechts gucken, oder was? Hier hin. Aber wenn du die Kugel anguckst, wo sind denn die Kühltürme? Hinter mir. Hinter dir. Dann läufst du nach rechts, einfach rechts. Und wenn ich die Kugel angucke, ist in der Hintermitte Kühltürmer und rechts von der Kugel Tromtrasse weg. Genau. Und wir müssen einfach nur nach rechts weggehen. Einfach immer nach rechts, rechts, rechts. Ich bin angerannt. Du spackst da unten rum? Ah, hier. Dort drüben ist ein Bär auf der anderen Seite. Ein Bär? Oder ein Berg? Ein Bär. Gut, dann muss ich kurz was essen, wenn der Bär mich isst. Hast du essen? Ja, ich hab ein paar Pilze. Alter, ich mach dir erstmal Klamotten, Junge. Wie siehst du denn du aus? Sag nicht Junge zu mir. Entschuldigung. Genossin. Weltfrauentag, sag ich nur. Ich mach dir erstmal Basics. Warte mal, hier hast du was zu essen. Ich selber mache die Gitarre. Ich baue dir jetzt Hose, Schuhe, Hemd und Mütze. Was lohnt sich denn, was will man sich am Anfang? Was man sich holt am Anfang? Ne, was man sich baut. Ein Schlafsack. Ich hab dir übrigens dort Maiskolben hingelegt, liegen zwischen deinen Beinen. Zwischen deinen Schenkeln. Wie kann ich den jetzt platzieren, indem ich den... Ausbilden im Menü unten und dann auf dem Boden platzieren. Warte, ich mach Fackel. Kann mal jemand anders ne Fackel anmachen? Ab. Warte, ich hab schon. Am besten so, dass die Tür noch aufgeht. Ah. Alter, wie grob pixelig der Schatten ist, ist das geil. Aber gerade, das ist schwierig. Ich geh mal da weg. Ja. Ich müsste dort genug Platz haben, wir haben hier auf unserer Feld drei Stück draufgekriegt. Alter, was ist gut gesagt. Ja, aber nie, wenn die... Was hast du denn in der Hand? Okay, dann passt. Du hier. Ich pflanze. Sieht aus, als ob du halt wie das Zeug verschüttest, hier Senfgas oder sowas. Das ist der Bär, 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 Bär. Alle ins Haus. Komm, 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 komm. Fuck you, Alter. Hässiges Schlau. Ich bin tot. Ich bist tot, aber du spawnst ja hier. Nein, trotzdem. Ich hab übrigens viel Zeug mit. Der Bär ist in der Hütte. Okay. Also von mir aus, wir müssen noch weiter zusammen. Noch ein Stück. Ja, so sieht's gut aus. Christian, nimm mal den Hammer weg, sonst sieht er ja gar nicht. Tarek. Okay, zünd die Lunde an. Soll ich jetzt den Knall zünden? Zünd den Knaller. Puff, irre. Teng.